Ja, moin, herzlich willkommen hier bei Money for Future. Ich habe schon einige Male darüber gesprochen, warum Wasserstoff nicht im Auto landen wird, beziehungsweise im Pkw-Bereich landen wird und er woanders seine Anwendung finden wird. Aber ich wollte euch heute mal eine Übersicht geben, wie effizient eigentlich Elektroautos sind, wie effizient Wasserstoffautos, also Brennstoffzellenautos sind und ein Auto mit einem ganz normalen Verbrennungsmotor, wenn es denn mit Biodiesel oder Biogas sozusagen durch die Gegend fahren würde und was da der Effizienzgrad ist. Da wollte ich euch heute mal diese ganzen Umwandlungsverluste zeigen und warum die Batterie so weit vorne liegt, wenn es um die Effizienz geht. Und da wünsche ich euch viel Spaß bei diesem Video. Diese Grafik ist wirklich hochinteressant und sie ist von Transport & Environment erstellt worden. Ich glaube auch in Kooperation mit einigen anderen Partnern, die dort sozusagen ihre Daten mitgeliefert haben. Ja und wir starten dann einfach mal mit dem Elektroauto. Ihr seht das hier auf der Grafik. Wir starten natürlich Best-Case-Szenario jetzt, sage ich mal, für alle drei Autos. Also wir sagen, okay, wir haben Energie im Überfluss, wir haben Sonne, wir haben Wind. Wir können damit sozusagen unser Auto speisen und haben dort keine Kohle oder kein Öl, womit der Strom produziert wird. Also sagen wir, das ist sozusagen das Best-Case-Szenario. Wir haben keine Elektrolyse wie beim Wasserstoff, wir haben hier keine CO2-Capturing oder solche Sachen. Aber wir haben natürlich diesen Strom, den wir dann auch irgendwo hinbringen müssen. Und dabei geht bei einem Elektroauto schon mal 5% verloren. Man sieht das ganz gut. Also Transport, Storage und Distribution sind 5% Verlust. Das ist auch ungefähr das, was es tatsächlich ist. Und dann haben wir, dass der Strom dann in die Batterie reingeht. Das heißt Inversion AC-DC. Also wir müssen von Wechselstrom in Gleichstrom gehen, damit natürlich dann der Gleichstrom auch in die Batterie gehen kann, weil in den Batterien ist immer Gleichstrom. Da haben wir nochmal einen Verlust von 5%. Und diese Kette geht wirklich weit. Dann haben wir das Battery Charging Efficiency. Also das heißt, dass die Batterie beim Aufladen auch nochmal Verluste hat. Das heißt, wir haben einmal diesen Wechselverlust und diesen Ladeverlust. Das sind nochmal 5%. Und dann gibt es die Inversion vom DC zu AC. Das heißt, wenn ich dann sozusagen den Elektromotor antreiben will, dann brauche ich wieder Wechselstrom. Dann muss ich wieder den Strom wieder wechseln, weil der Motor dann sozusagen wieder mit Wechselstrom angetrieben wird. Das heißt, ich verliere nochmal 5%. Und dann kommt sozusagen dieser ganze Strom im Elektromotor an. Und da wird er benutzt und kann dann sozusagen das Auto nach vorne tragen. Und da verliert dann dieser Elektromotor nochmal, weil der natürlich auch warm wird, wie im Verbrennungsmotor auch, aber viel weniger halt, verbraucht er dann auch nochmal 10%. Also er hat auch nochmal einen Verlust von 10%. Und das heißt, am Ende kommt ein elektrisches Fahrzeug, also ein Stand heute elektrisches Fahrzeug, auf einen Gesamtwirkungsgrad von der Windproduktion oder PV-Stromproduktion bis hin zur Nutzung im Auto mit dem nach vorne fahren, auf einen Wirkungsgrad von 73%. Das ist die Overall Efficiency von einem Elektroauto. Jetzt wird es spannend. Jetzt schauen wir uns mal die Fuel Cell an, also die Brennstoffzelle, die ja im Grunde auch eine Art Elektroauto ist, weil da auch eine Batterie drin ist und auch ein Elektromotor drin ist. Deswegen hat er den Verlust auch schon mal. Aber da sind ja auch noch die Tanks drin. Also, wir haben wieder das gleiche Szenario. Wir sagen, wir machen grünen Wasserstoff mit erneuerbaren Energien. Ich habe schon ganz viele Videos gemacht, dass wir die noch viel mehr ausbauen wollen, wenn wir denn diesen grünen Wasserstoff dort auch wirklich selber produzieren möchten. Ich habe auch ein Wasserstoffvideo gemacht über die Farbenlehre von Wasserstoff. Was ist eigentlich blauer Wasserstoff, grüner Wasserstoff, grauer Wasserstoff und türkiser Wasserstoff? Ja, das sind nämlich so ganz viele verschiedene Begriffe und damit wird gerne gespielt und blauer Wasserstoff hört sich schön an, wird aber mit konventionellen erzeugt sozusagen und der CO2 wird dann einfach in die Erde gepumpt und darf dann halt auch als Clean-Wasserstoff bezeichnet werden, was natürlich etwas suspekt ist. Also, schauen wir uns das Ganze an. 100% erneuerbare Energien. Richtig gut, ja. Das heißt, die Welt ist in Ordnung. Wir produzieren ganz viel Wind, ganz viel Strom mit PV und haben überschüssigen Strom und können damit grünen Wasserstoff herstellen. Natürlich ist das teuer, aber wir müssen jetzt Wasserstoff herstellen, haben Strom im Überfluss, dann können wir das halt auch machen. Dann haben wir dort schon einen Verlust von ungefähr 30% bei der Umwandlung, weil wir natürlich diese Elektrolyse machen müssen. Ja, dann haben wir dieses CO2-Capturing. Das haben wir hier bei dem grünen Wasserstoff nicht. Das würde aber bei dem normalen Wasserstoff, den wir im Moment überall dabei haben, wäre das der Fall. Also, da müssten wir nochmal Efficiency abziehen, weil wir diese CO2-Emissionen sozusagen in die Erde verbringen müssen. Dann haben wir auch einen Transport von Wasserstoff. Das heißt, ich muss den ja irgendwie lagern und transportieren und dann sozusagen dorthin bekommen, wo er dann genutzt werden kann, also in diesen Wasserstofftank stellen. Und da geht nochmal zu diesen 30% von der Umwandlung gehen nochmal 26% verloren. Und das ist auch das, worüber ich immer rede. Jedes Mal, wenn ich Wasserstoff von einem Tank in einen anderen tue, geht etwas verloren. Und das ist halt unglaublich schlecht für diesen Wirkungsgrad. Das bedeutet, wenn ich sozusagen die Fuel Production Efficiency angucke, also das, was ich dann hinterher tatsächlich nutzen kann, da habe ich bei dem Strom 95%, weil 5% geht verloren. Und bei Wasserstoff habe ich nur noch 52% Wirkungsgrad. Das ist richtig schlecht. Und wie will der das jetzt noch aufholen? Also der ist jetzt schon bei 52, ist schon weit unter diesen 70% von einem Elektroauto. Und dann geht es ja noch weiter. Das ist jetzt das große Problem. Jetzt kommt der Wasserstoff in das elektrische Auto und dann in die Umwandlung zu elektrischem Strom. Also das heißt, dort geht nochmal 50% verloren. Hammer schlecht. Und dieser elektrische Strom, weil ich habe ja diesen Wasserstoff, der in die Batterie geht, also dieser Wasserstoff, der Strom produziert, das ist sozusagen 50% Verlust bei dieser Umwandlung. Weil ich habe ja Wasserstoff, den ich in Strom umwandele. So und jetzt kommt es ja. Ich muss ja diesen Strom in eine Batterie packen, also wieder umwandeln in Gleichstrom, wie beim Elektroauto, das ist bei diesem Elektromotor, in Wechselstrom. Und dann treibt der Elektromotor das Auto an. Das heißt, er verliert nochmal 5%. Ganz normal, wie bei dem Elektroauto auch. Ist ja auch ein Elektromotor drin, verliert er auch 5%. Und dann habe ich den Elektromotor. Und wir erinnern uns, bei dem Elektroauto 10% Verlust. Das heißt, hier verliert das Wasserstoffauto auch nochmal 10%. Am Ende kommt das Wasserstoffauto auf eine Effizienz von 22% gegenüber 73%. Und jetzt runden wir mal 70 zu 20%. Das ist einfach katastrophal schlecht. Und das ist halt auch diese Komplexität in diesem ganzen System. Wasserstoff, wenn ich das in einen Pkw packen will. Tanks, Tanks, Tanks. Efficiency-Verluste überall. Also schon, dass ich ganz am Anfang schon große Verluste habe. Dann dieses ganze Transportieren. Dann wieder dieses Umwandeln mit ganz schlechtem Verlust. Und dann wieder die ganz normalen Umwandlungsverluste, die ich beim Batterieauto auch habe. Und damit komme ich dann einfach auf so einen unfassbar schlechten Wert. Und das ist eine Botschaft an alle die Leute, die sagen, ja, Wasserstoff müssen wir in die Autos machen. Ist auch total super. Ja, aber effizient ist es nicht. Die Technologie ist cool und die hat bestimmt auch ihre Einsatzmöglichkeiten. Aber effizient im Auto ist es einfach eine absolute Katastrophe. Aber jetzt kommt noch was Besseres. Jetzt kommt das konventionelle Auto. Also wir nehmen wieder 100% erneuerbare Energien und wir machen daraus Biokraftstoffe. Was auch immer. Ja, also wir können ja dort auch wieder Flüssiggas nehmen oder, oder, oder. Ja, und wir wollen sozusagen das nutzen, um das Auto dann wieder nach vorne zu treiben. Und da nehmen wir jetzt 100% erneuerbare Energien. Also die Sonne lässt dann halt irgendwie die Pflanzen wachsen und wir machen daraus ein Gas oder Flüssiggas oder Bioethanol, egal. Ja, und dann schauen wir uns mal an, wie die Effizienz dort ist, wenn wir das jetzt machen wollen würden mit unseren Autos. Weil das wäre ja 1 zu 1 im Grunde der Tausch. Ja, wir nehmen einfach das Benzin weg, ja, und machen aus erneuerbaren, wir machen dann sozusagen aus Rohstoffen, ja, also Pflanzen und Dinge, die wir essen können, machen wir dann einfach Liquids, die wir dann verbrennen können in unserem Verbrennungsmotor. Und dann können wir 1 zu 1 sozusagen das Benzin dagegen tauschen. Und dann schauen wir uns mal an, wie effizient das Ganze ist. Also 100% erneuerbare Energien wandeln wir um in eine, also müssen wir mit der Elektrolyse natürlich wieder umwandeln, dass wir dort halt auch etwas rausbekommen. Das heißt, wir verlieren wieder 30% an Energie und dann müssen wir natürlich auch wieder das CO2 einfangen, weil wir das natürlich nicht einfach so in die Luft pusten wollen. Ja, das heißt, wir haben dann wieder einen Energieverlust von 37%. Das heißt, wenn ich Power to Liquid mache, ja, dann habe ich, starte ich sozusagen, wenn ich die Fuel Production fertig gelöst habe, das Problem mit einem Wirkungsgrad von ungefähr 44%. Das heißt, 44% der ursprünglichen 100% Energie kann ich dann nutzen, um mein Auto nach vorne zu bringen. Und jetzt kommt der ganze Knackpunkt. Ich habe diese ganzen Sachen mit AC und DC Strom wechseln und in die Batterie und raus und daraus Strom machen, habe ich ja nicht, weil ich nehme einfach nur den Verbrennungsmotor. Aber bei 44% Wirkungsgrad habe ich jetzt einen Verbrennungsmotor, der, wenn es richtig gut ist, ja, so ein Diesel oder was, der dann halt mit 30% Wirkungsgrad im Optimum aber auch nur arbeiten kann. Also wir haben jetzt einen Verbrennungsmotor, der sozusagen im Optimum mit einem Wirkungsgrad von 30% arbeitet. Das heißt, 70% gehen von diesen 44% jetzt nochmal verloren, weil wir ja nur 30% für den Vortrieb nutzen können und 70% einfach in die Luft schießen, in Form von Wärme. Und das ist das große Problem. Das heißt, das normale Auto aus Biofuel kommt auf einen Gesamtwirkungsgrad von 13%. Absolute Katastrophe. Und deswegen ist auch dieses Auto mit der Batterie in meinen Augen einfach das effizienteste. Und das ist auch eine ganz leichte Rechte. Wenn man einen Hektar Raps zum Beispiel anbaut und daraus Biogas jetzt macht, ja, oder Bioliquids macht, Biogas macht, um damit ein Auto effizient nach vorne zu bringen, ja, das sind so das Effizienteste, was man rauskriegen kann. Aus einem Hektar Raps sind 60.000 Kilometer für ein Auto, dass das Auto dann mit diesem Verbrennungsmotor fahren kann. Mit einem Hektar Solarmodule kann ich so viel Strom produzieren, dass das Auto damit 3,25 Millionen Kilometer fahren kann. Und das ist jetzt so eine Annahme, durchschnittlich 15 Kilowattstunden auf 100 Kilometern. Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Also diese Liquids, diese Biodiesel, die wir da produzieren können, die wir dann irgendwo reinpumpen können, um sie wieder im Verbrenner zu verbrennen, die sind einfach unfassbar ineffizient, unfassbar schlecht. Die gleiche Menge Energie könnten wir nutzen, um dann ein Elektroauto durch die Gegend fahren zu lassen. Und das ist einfach sehr viel effizienter. Ich hoffe, diese Grafik war aufschlussreich für euch. Ich fand sie auf jeden Fall richtig gut. Und ich hoffe, man hat das jetzt hier einigermaßen nachvollziehen können. Schreibt mir gerne in die Kommentare, wie ihr das seht, ob ihr sagt, ja, das ist total richtig oder das ist auch alles Quatsch, was da erzählt wird. Der Verbrenner der Diesel ist doch eigentlich das Beste. Lass uns doch einfach austauschen, den Benzin aus Rohöl gegen Biokrachtstoffe. Dann können wir uns das mal anschauen. Und ja, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Lasst mir gerne einen Daumen hoch da oder abonniert den Kanal. Würde ich mich riesig freuen darüber. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Macht es gut. Bis dahin, euer Felix. Ciao. Euer Felix. Vielen Dank.